Hi Leute, Jerko hier mit einer weiteren Folge von Blue Fire. Wir haben das letzte Mal tatsächlich alle Wächterseelen gefunden und benutzt, die letzte Prüfung gemacht und haben damit die super coolen Schwerter und die coole Tunika bekommen, die wir jetzt natürlich auch gleich tragen. Ich würde zwar eigentlich gerne die Ente tragen, aber ich dachte mir, ja gut, wenn wir jetzt gerade diese super gute Tunika oder super tolle Tunika bekommen haben, dann ziehen wir sie halt an. Immer noch nicht so gut wie die Ente. Ganz klar, müssen wir nicht drüber reden. Das ist kein Diskussionsbedarf, das ist einfach Fakt. Aber sie ist trotzdem ganz vergleichsweise ganz nett. Ja, kann man schon schlimmere Sachen anziehen. De facto ist auf jeden Fall, wir sind so gut wie... Naja, so gut wie fertig ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben jetzt noch acht Prüfungen. Ne, doch, weiß ich nicht. Ein paar Prüfungen, die wir machen müssen. Vielleicht tatsächlich acht. Äh, könnte schwer werden. Gehe ich davon aus, dass es schwer wird. Acht, die Feuerwächter. Wenn die Dunkelheit lauert, wir werden eins sein. Ganz und gar der Verteidigung von Penumbra verpflichtet. Schön. Oh no, fünf Sterne auf orange. Okay, wie schwer kann es sein? Das wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein wie die Sägen, nicht wahr? Adres Erbe. Oh weh, oh weh, oh weh. Was tue ich mir hier an? Oh nein, nicht klick-klack, Alter. Ach, klick-klack mit Damage-Plattformen. Okay. Ich meine, macht keinen Unterschied. Also, dass ich mich da weniger gut retten kann. Und es nicht sofort sehe. Oh oh. Oh oh. Ah! Ich muss da rüber! Okay, nice. Wir kommen schon mal ganz gut voran. Ist jetzt noch nicht so schwer. Die machen schon klick-klack. Das heißt, hier will ich landen. Hier will ich noch nicht landen. Ah! Okay, das war easy. Hier ist schon der erste Checkpoint. Gut. Ich habe versehen nicht gedouble-jumpt und gespin-wheeled, aber es ist nicht so schlimm. Ich kann ruhig reckless sein. Denn ich hatte ja gerade erst einen Checkpoint. Jetzt müssen wir nur ein bisschen warten, bis wir wieder oben sind. Damit wir dann, wie wir sind, hier einfach durchspringen und landen können. Ist ja ein Traum. Oh, jetzt wird es natürlich lit. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ah, ich muss wallrunnen. Ach so. Ja, das macht auch irgendwo Sinn. Okay. Das kann ich aber hier noch ausnutzen, dass ich einfach im Kreis fahren muss, ne? So, und jetzt rüber. Und jetzt du rüber. Und jetzt hier ich landen. So, das ist zu weit. Hm. Oh, jubidubidu. Ist ja gar nicht so schwer. So, ich schätze, jetzt kommt der schwere Part. Oh, no. Wenigstens dreht sich das nur. Ah! Okay. Nice. Pling. Ah, ich muss da gar nicht lang. Ich muss hier lang. Okay. Da geht's nochmal weiter. Das könnte nochmal schwierig werden. Aber so bis jetzt ist es okay. Gut. Hep. 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 Oh, oh. Ah! Okay. Ah! Nein! Ah! So knapp. Hm. Halbe Sekunde oder so, dann hätt's wieder gewechselt. Dann hätt ich da keinen Schaden bekommen, dann hätt ich da stehen geblieben. Mist. Schlecht getimed. Okay, hier. Ungefähr sind wir gewesen. Das ist nicht gut. Ja. Das ist... Ich hab meinen Double Jump gewastet, dass ich da durchgesprungen bin. Ich hätt einfach mit der... Mit dem Dash an die Wand kommen können. Und dann hätt ich meinen Double Jump noch gehabt. Und dann wär ich da jetzt auch gut gelandet. Naja. Auf ein neues. So, jetzt aber. Ich warte noch ne Runde. Und... Jetzt. Oh. Du meine Güte, das hat noch gereicht. Ah, ich bin mit dem Tee ins Feuer gekommen. Das gibt's doch nicht. Papa schafft das jetzt. Papa wird das jetzt schaffen. Denn ich lande hier. Und jetzt. Einfach weiter. Blind weiter. Yes. Wir haben den Anker. Da ist der Anker. Nice. 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 Niceig. Das war... Fünf Sterne, aber nicht... Unsagbar schwer. War mehr so okay schwer, ja. Heieiei. Pong. Haben wir einen. Ja, easy, Alter. Geh doch. Ist gut. Ist richtig gut. Wunderbar. Okay. Den haben wir geschafft. Oh Gott. Der sieht aber auch aus, als wäre er in Pain. Wenn er da so im Boden steckt und nach oben greift und... Hilfe, ich schmelze. Und dann war er wahrscheinlich eins mit der Leere. Naja, machst du nix. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir den nächsten machen. Ciao.